Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Fotografieren für Anfänger Kurs. Und heute möchte ich mit dir mal über Fehler sprechen, die in der Fotografie begangen werden, gerade von Anfängern und wie du sie vielleicht direkt umgehen kannst und deine Lernkurve damit direkt steil nach oben geht. Ganz viel Spaß! Ein Fehler, den ich ganz häufig sehe, ist, man nutzt die falschen Einstellungen. Klingt erstmal relativ banal, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass viele, gerade Anfänger in der Fotografie, die falschen Einstellungen in der Kamera nutzen. Und es fängt schon damit an, dass die meisten doch etwas faul sind und dann doch lieber den Automatikmodus benutzen, weil dann übernimmt ja die Kamera die Einstellung für dich und du selber musst nicht viel machen und man hofft, dass gute Bilder bei rumkommen. Ich kann nur davon abraten, diesen Automatikmodus zu benutzen. Er macht zu 99,99% einfach keinen Sinn. Wenn du schon Automatiken benutzt, dann nutzt doch die Halbautomatiken. Wir haben in den Videos darüber gesprochen. Wir können in den A- oder in den S-Modus gehen und damit die Kamera teilweise mitentscheiden lassen, welche Einstellungen die besten sind. Aber wirklich in den Vollautomatikmodus zu gehen, da hat man so wenig Kontrolle und man kann so wenig seine Kreativität ausüben, dass dann am Ende tatsächlich wirklich manchmal wirklich falsche Entscheidungen auch von der Kamera getroffen werden, die dich am Ende vielleicht ein gutes Foto kosten. Ich würde dir gerade für den Anfang empfehlen, wenn es nicht darauf ankommt und wenn du Zeit beim Fotografieren hast, nutze so häufig wie möglich den manuellen Modus. Denn der manuelle Modus ist der Modus, wo du am meisten lernst, weil du alles selber einstellen musst und jeder Fehler natürlich von dir auch irgendwo von der Kamera bestraft wird. Aber auf der anderen Seite kannst du in diesem manuellen Modus einfach am kreativsten werden. Und das ist für mich der wichtigste Aspekt, dass du immer wieder dir selber darüber Gedanken machen musst, wie du Blende, ISO und Verschlusszeit einstellst. Und damit lernst du tatsächlich am meisten. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch noch hier einfällt, ist, dass du auf jeden Fall im RAW-Modus fotografieren solltest. Es gibt natürlich auch hier wieder Ausnahmen, wo JPEG vielleicht die bessere Wahl ist. Aber in den meisten Fällen solltest du im RAW-Modus fotografieren, weil du einfach später in der Bildbearbeitung viel mehr aus deinen Dateien noch herausholen kannst. Und deswegen an dieser Stelle sei gesagt, nutze den RAW-Modus. Du hast am Ende mehr Möglichkeiten, auch wenn er vielleicht ein bisschen mehr Speicherplatz braucht. Aber Speicherplatz ist heute eigentlich nicht mehr teuer und von daher ist es nicht wirklich eine großartige Ausrede. Und auch wenn du dann vielleicht mal den Weißabgleich nicht hundertprozentig richtig eingestellt hast, kannst du das mit dem RAW-Modus auch später noch verändern und verbessern. Eine Sache, die mir auch noch zu dem Thema falsche Einstellung einfällt, ist die Tatsache, dass du deine Fotos auf keinen Fall überbelichten solltest. Tatsächlich ist es so, dass man überbelichtete Pixel nicht retten kann. Wenn du einmal einen weißen Pixel hast, der keine Details mehr hat, dann bleibt der auch weiß bzw. du kriegst keine Details mehr rein. Du kannst ihn vielleicht noch auf so ein hellgrau abdunkeln, aber es sieht am Ende einfach nicht gut aus. Tatsächlich rate ich dir dazu, eher immer etwas zu doll unterzubelichten. Und das kann man dann am Ende der Bildbearbeitung tatsächlich besser wieder herausholen und die Schatten besser auffällen, als die Lichter abdunkeln. Viele Kamerasensoren sind da einfach effektiver. Natürlich entsteht da auch immer ein gewisses Rauschen, aber trotzdem kann man viel besser zu dunkle Bildbereiche aufhellen, als zu helle Bildbereiche abdunkeln. Deswegen, wenn du einen sehr großen Dynamikumfang in deiner Szene brauchst, dann ist es besser, eher etwas zu dunkel zu belichten, als zu hell. Eine Sache sei an dieser Stelle aber nochmal gesagt, der RAW-Modus wird dich nicht davon abhalten, die falschen Einstellungen an der Kamera zu treffen. Und damit meine ich jetzt ISO, Blende und Verschlusszeit. Denn das kannst du nicht im Nachhinein noch verändern. Du kannst zwar den Weißabgleich verändern, aber nicht die Blende, nicht die Verschlusszeit und auch nicht den ISO-Wert. Das musst du auf jeden Fall vorher richtig einstellen. Ein weiterer Fehler, den viele Anfänger, aber auch Profis tatsächlich machen, sie konzentrieren sich zu sehr auf das Equipment. Für viele ist das immer eine absolute Grundsatzdiskussion, auch im Internet, bei Facebook, in irgendwelchen Fotografieforen. Welches Equipment ist das Beste? Welche Kamera muss ich mir kaufen, um bessere Fotos zu machen? Welches Stativ wird mich in meinen Fotos verbessern? Leute, ganz ehrlich, diese Frage ist völlig überbewertet und völlig überflüssig, meiner Meinung nach. Denn nicht die Kamera macht das Foto, sondern du, der, der hinter der Kamera ist, der, der auf den Auslöser drückt, der, der die Einstellung an der Kamera macht. Du, du machst das Foto. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Koch. Ein Koch kann in jedem Kochtopf gutes Essen machen. Er weiß, wie es funktioniert und er kann auch mit einem 20 Jahre alten Kochtopf gut kochen. Natürlich ist es so, dass wenn er einen tollen Kochtopf hat, der vielleicht bessere Features hat, der vielleicht aus besserem Material gemacht ist und so weiter, ich kenne mich jetzt nicht so gut in der Küche aus, aber du weißt, was ich meine, dann wird das eine große Hilfe sein, das Essen vielleicht ein bisschen schneller und so weiter gut hinzubekommen. Das Ergebnis wird sich aber nicht großartig unterscheiden. Die Hilfe, die das Equipment gibt, um schneller und besser zu dem Ergebnis zu kommen, ist natürlich gegeben. Aber glaub mir, du kannst auch mit einer 20 Jahre alten Kamera, mit ganz wenig Auflösung, kannst du immer noch tolle Bilder erzielen. Man muss sich halt nur ein bisschen zu helfen wissen. Aber diese Grundsatzdiskussion, die immer wieder im Internet auftaucht und Leute, die sich zu sehr darauf versteifen, sich Equipment zu kaufen und die ganze Zeit im Internet hängen und sich irgendwelche Review-Videos anschauen von den neuesten Kameras, Leute, ich kann euch nur sagen, geht raus und fotografiert. Das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtige. Du machst das Foto und nicht deine Kamera. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, ja, aber Stefan, du rennst da hier auch mit einer Nikon Z7 rum und so weiter. Was möchtest du mir jetzt eigentlich erzählen? Und natürlich sollst du und kannst du auch irgendwann updaten. Ich würde dir nur nicht empfehlen, dich am Anfang direkt darauf zu versteifen, dir das beste Equipment zu kaufen. Wie gesagt, das Equipment hilft dir dabei, schnellere, bessere Ergebnisse zu bekommen. Das ist unbestritten. Die Frage ist aber nur, möchtest du am Anfang, wo du vielleicht noch gar nicht weißt, ob die Fotografie wirklich was ist für dein Leben lang, möchtest du da so viel Geld investieren, obwohl du dir vielleicht noch gar nicht sicher bist? Vielleicht verdienst du mit der Fotografie Geld, vielleicht aber auch nicht. Das ist auch ein ausschlaggebender Punkt dafür, ob du besseres Equipment unbedingt haben musst oder nicht. Weil wenn ich mit der Fotografie Geld verdienen möchte oder muss, dann ist es natürlich essentiell, dass auch bestimmte Workflows perfekt funktionieren, schneller funktionieren. Dafür ist ein gutes Equipment natürlich super, weil es wahrscheinlich auch besser funktioniert. Das Equipment hilft mir dabei, wirklich diese Ergebnisse schneller zu erzielen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn du die Zeit hast und wenn du das Hobby-mäßig machst, dann brauchst du nicht das beste Equipment. Dann ist es wichtig, dass du hinter der Kamera der Kreative bist. Ein weiterer Fehler ist schlechte Komposition. Das sehe ich ganz häufig natürlich am Anfang und es ist auch völlig normal, dass man nicht sofort Bescheid weiß, wie man eine gute Komposition hinbekommt. Und deswegen hier an dieser Stelle auch noch mal ein paar Tipps und Tricks. Es gibt ja auch ein extra Video dazu, aber hier noch mal auf die Schnelle. Fokussiere dich auf ein Hauptmotiv. Fang nicht an, super viele Motive in deinem Bild zu suchen und die alle irgendwie zu probieren, auf ein Bild zu bekommen, sondern konzentriere dich wirklich auf ein Hauptmotiv, zoome da vielleicht auch ein bisschen näher ran, stelle es in den Bildmittelpunkt und hebe es heraus. Das ist schon mal der erste große Tipp, den ich dir geben kann. Auch wenn du ein Porträt fotografierst, versuche nicht, den Menschen irgendwo zu positionieren und vielleicht noch drei, vier andere Dinge da irgendwie mit in das Bild zu bringen, sondern gerade für den Anfang ist es erstmal super, wenn du dich wirklich auf den Menschen fokussierst, einen guten Bildausschnitt bekommst, wo der Mensch im Vordergrund steht und so wenig wie möglich Ablenkung im Hintergrund ist. Ich weiß, dass das jetzt auch nicht immer zutrifft, aber es sind gute Tipps für einen Anfänger, um erstmal in die Fotografie reinzukommen, um erstmal ein paar schöne Bilder zu machen mit solchen Kompositionen. Versuche dann auch einen Vordergrund einzubauen. Das kann in der Landschaftsfotografie zum Beispiel sein, dass man da was in den Vordergrund nimmt. Das kann aber auch bei einem Porträt sein, dass man was in den Vordergrund packt, was vielleicht dann komplett unscharf ist, wo man dann aber sehr gut so eine Art Blocker noch mit im Bild hat und damit arbeiten kann, um 3D-Effekte zu erzeugen. Denn solche Effekte, gerade wenn man offenblendiger fotografiert und auch was Unscharfes im Vordergrund hat, erzeugt natürlich das räumliche Gefühl, was man haben kann und was man haben sollte in einem guten Foto. Versuche, Führungslinien zu nutzen für deinen Vorteil. Denn Führungslinien führen den Betrachter in das Bild hinein, auf das Hauptmotiv und genau da soll ja der Blick dann auch am Ende hinkommen. Versuche, mit Licht und Schatten zu arbeiten. Ein Bildbetrachter guckt als erstes immer auf die hellen Bildbereiche und danach auf die dunklen Bildbereiche. Deswegen arbeiten viele auch so ein kleines bisschen mit einer Vignette zum Beispiel in der Bildbearbeitung. Das heißt, die Ränder werden nochmal ein kleines bisschen abgedunkelt und dadurch lenkt man den Betrachter mehr in die Bildmitte. All das sind kleine Tipps und Tricks, die du für deine Komposition nutzen kannst. Ein weiterer Fehler, den viele machen, ist im schlechten Licht fotografieren. Du kennst es vielleicht und wir haben auch darüber schon in dem entsprechenden Kapitel gesprochen. Zur Mittagszeit hat man sehr harsches Licht und gerade wenn man Porträts fotografiert, dann ist harsches Licht immer sehr, sehr schlecht, weil man harte Schattenkanten hier gerade unter den Augen zum Beispiel bekommt. Auch da habe ich dir schon Beispiele für gezeigt. Versuche, dir weiches Licht rauszusuchen, was vorteilhaft für die Person aussieht. Das kann zum Beispiel in der goldenen Stunde sein. Das kann auch nach der goldenen Stunde sein, wenn der Sonnenstand noch nicht so ganz so hoch ist. Oder du gehst aber in den Schatten, wo du auch sehr ausgewogenes Licht hast, wo man gute Strukturen auf der Haut zieht. Das Ganze geht natürlich auch bei einem bewölkten Tag. Viele sind ja immer der Ansicht, dass Fotografieren am besten bei praller Sonne funktioniert. Wenn wir blauen Himmel haben, ohne eine Wolke am Himmel, dann denken immer viele Anfänger, das ist jetzt das perfekte Licht zum Fotografieren. Stimmt aber überhaupt nicht. In der Landschaftsfotografie möchte man immer Wolken am Himmel haben. Und auch wenn du Porträts fotografierst, wie gesagt, bei knalliger Sonne zur Mittagszeit, ist das nicht unbedingt vorteilhaft. Eigentlich sind bewölkte Tage für sowas wesentlich besser, weil dann wird das Licht diffus und man hat dadurch einfach weicheres Licht, mit dem man arbeiten kann. Meistens ist das das bessere Licht. Der nächste Fehler, den ich immer wieder sehe bei Fotografen, ist zu viel Bildbearbeitung. Tatsächlich kann man es in der Bildbearbeitung ordentlich übertreiben. Und da möchte ich dir mal ein paar Beispiele nennen. Ich sehe ganz oft Bilder, wo zum Beispiel die Klarheit extrem eingesetzt wurde. Und ich mache das jetzt hier einfach mal. Ich übertreibe mal richtig doll und jetzt schau dir mal an, was aus dem Bild passiert. So sieht es ohne Klarheit aus, so sieht es mit Klarheit aus. Es kann in manchen Bildern gut aussehen, viel Klarheit reinzubringen, aber in den meisten Bildern wirkt das einfach komplett übertrieben und man bekommt hier schon leichte Halo-Effekte. Das bedeutet, dass die Ränder hier so ein bisschen heller werden, ein bisschen dunkler. Da kriegt man so einen Schein drumherum und das sieht einfach nicht mehr gut aus. Dann kommt noch dazu, dass viele Leute auch gerne diesen Dunst-in-Fernregler hier sehr stark nutzen. Und du siehst schon, selbst bei 40% hier sieht das Bild schon völlig übertrieben aus. Und ja, das sieht man halt immer wieder, dass die Leute das wirklich stark übertreiben. Dadurch entsteht auch sehr viel Sättigung. Und ja, zu viel Sättigung, zu krasse, knallige Farben im Bild sind halt immer auch ziemlich unschön. Wenn wir schon beim Thema Sättigung sind, ich bin eigentlich auch nie ein Freund davon, diesen Sättigungsregler hier überhaupt anzufassen. Also den nutze ich eigentlich so gut wie nie in der Bildbearbeitung, diesen Sättigungsregler. Wenn überhaupt, dann nehme ich manchmal ein kleines bisschen Dynamik mit rein. Was ist der Unterschied zwischen Sättigung und Dynamik? Im Endeffekt, bei der Dynamik wird nur das noch mehr gesättigt, was noch nicht so stark gesättigt ist. Also wenn wir schon einen stark gesättigten Himmel haben, dann wird der durch die Dynamik nicht weiter gesättigt, sondern eher zum Beispiel diese Häuser hier, die noch relativ wenig Farbsättigung haben. Aber halt nicht alles. Und bei der Sättigung, bei diesem Sättigungsregler, da wird halt alles nochmal gesättigt. Und das ist der große Unterschied hier dabei. Aber selbst wenn ich die Dynamik nutze, dann wirklich nur ein bisschen. So plus 5, plus 10 maximal. Aber mehr auf keinen Fall. Ich stelle das Ganze jetzt hier mal wieder ein bisschen weiter zurück, damit wir mal wieder zu einem normalen Bild kommen. Wenn ich ein weiterer Fehler, den ganz viele Bildbearbeiter am Anfang machen oder Fotografen am Anfang machen, die Bildbearbeitung lernen wollen, sie drehen ganz doll die Tiefen auf, auf plus 100 und die Lichter auf minus 100. Dadurch kriegt man so ein bisschen mehr Dynamikumfang noch im Bild, aber es sieht halt unrealistisch aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich drehe diese Regler insgesamt nie auf plus oder minus 100, sondern mach das mal ein bisschen entspannter. So minus 50, plus 50 ist in Ordnung. Da hat man dann auch schon eine ganze Menge an Informationen gewonnen, aber es sieht noch ein bisschen realistischer aus. Das kann man eigentlich auf alle Regler hier übertragen. Nutzt sie nicht zu doll. Sowohl die Klarheit nicht, den Dunst- und Fernregler nicht, den Sättigungsregler nicht, als auch hier Tiefen und Lichter. Und macht das Bild auch nicht zu dramatisch. Wenn es nicht dramatisch war, dann ist es auch nicht nach der Bildbearbeitung dramatisch. Nehmt auch keinen linearen Verlauf und fangt jetzt an, hier ewig weit abzudunkeln, weil so sieht deine Landschaft auch nicht aus. Und das sieht man auch ganz oft, dass man hier wirklich probiert, mit einem Verlaufsfilter das Ganze gerade nicht mehr so weit abzudunkeln, dass das hier gut zusammenpasst. Aber es sieht am Ende halt auch nicht wirklich realistisch aus, muss man ganz klar sagen. Also das wäre für mich hier auch ganz klar zu viel des Guten. Und ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist zu viel Schärfe. Denn man kann hier auch sehr gut sein Bild natürlich nachschärfen. Aber wenn man es zu doll macht, und das mache ich jetzt hier mal, ich schärfe mal wirklich extrem nach, erstes Mal kommt dann hier auch ein starkes Rauschen mit ins Bild dazu. Und ein überschärftes Bild sieht dann halt auch nicht mehr gut aus. Man sieht es auch hier gerade im Hintergrund, wenn man sich hier diese Nebelwolken, diese Nebelschwaden anschaut, da ist schon ein relativ starkes Rauschen drin. Und ja, es sieht einfach überschärft aus. Es sieht am Ende tatsächlich auch nicht mehr gut aus. Und da entstehen auch an den Rändern wieder Artefakte. Gerade wenn ich jetzt hier diesen Radius noch ein bisschen doller mache, dann wird die Schärfe insgesamt noch ein bisschen rauer. Und ich kann dir nur auch dort wieder empfehlen, nimm den Betrag ein bisschen runter. Ich schärfe meistens so zwischen 80 und 90 ungefähr. Das ist so ein guter Wert. Und den Radius stelle ich von 1 sogar immer ein bisschen weiter runter, auf 0,8 ungefähr. Dadurch hat man ein bisschen feinere Schärfe. Und was man jetzt noch machen kann, den Maskierenregler, wenn ich dabei die Options- oder die Alt-Taste bei Windows drücke, wenn ich die jetzt noch ein bisschen nach oben schiebe, dann wird wirklich nur dort geschärft, wo du jetzt in dieser Übersicht hier siehst, was weiß ist. Das heißt an den Rändern. Und alles andere wird von diesem Schärfe-Effekt komplett ausgelassen. Das heißt, der gesamte Himmel zum Beispiel wird rausgelassen und auch hier das Wasser. Und damit habe ich jetzt eine gute Schärfe im Bild, ohne dass ich es übertrieben habe. Also grundsätzlich heißt es eigentlich immer, übertreib nicht zu viel in der Bildbearbeitung, sondern versuche, gute Anpassungen zu machen, die aber auch nicht wirklich auffällig sind. Das waren also die Fehler, die viele Anfänger, aber vielleicht auch fortgeschrittene Fotografen machen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass manches davon vielleicht völlig selbsterklärend war, manches aber auch Fehler sind, die man machen kann, die man aber auch nicht machen muss. Ja, also es gibt ja immer diese Ausnahmen in der Fotografie, dass man auch mal Regeln brechen kann und so weiter. Also das sind wirklich jetzt Sachen gewesen, die dir für den Anfang helfen sollen, aber das bedeutet nicht, dass sie komplett aus der Fotografie ausgeschlossen sind. Das ist mir an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Aber gerade für den Einstieg vielleicht in die Fotografie, beherzige doch mal den einen oder anderen Tipp und vermeide den einen oder anderen Fehler, den ich hier aufgezeigt habe. Und dann kriegst du relativ schnell gute Ergebnisse. Und dann bilde dich aber auch dahingehend wieder weiter und probiere auch dich mal aus in verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel mal zu fotografieren in der Mittagssonne und mal zu gucken, was man da auch an guten Bildern erreichen kann, auch wenn die Mittagssonne, wenn hartes Licht vorhanden ist.